So guys, DJMarkGalaxy ist wieder aufnahmefähig. Hier bin ich wieder back mit einem Let's Play Fart. Fart, genau. Fart von Bidon Fantasy 13 Blind. Damn it, man, that's funny. Wir sind hier kurz vor dem Abgang. Nein. Wir sind hier kurz vor dem Fight, bei dem ich nicht weiß, was man richtig macht und das ist ein Scheiß. Und ja, das sollte sich schreiben, aber das war nicht so hart. Und deswegen überlasse ich den Kinderkram, Haftbefehl und Fart. Yeah, egal, scheiß drauf. Los geht's. Das wird nicht einfach. Okay. Der alleine muss schwieriger. Ach, du Scheiße. Alter, bis wir gewechselt haben. Komm, komm, noch mehr. Das ist noch gar nicht. Alter, der braucht lang, bis er zum Schock kommt. 999. Sack, mein Dek, Alter. Der ist ja schon weg, bevor wir irgendwas gemacht haben. So sieht's aus. Hey, das hat noch gereicht. Krass. Jetzt pushen wir uns selbst ein bisschen. Oh, fuck. Alter, war das knapp. So, und jetzt. Und wieder heilen. Ein bisschen manipulieren, den Typen. Und jetzt wieder auf uns ein bisschen achten. Fuck. Wir müssen auch mal wieder angreifen. Das geht ja nicht so. Komm schon. Fuck. Fuck. Komm, konzentriere dich wieder auf Bang. Verdammt. Jawohl. Und jetzt wieder angreifen. Komm schon. Ging doch. Ja, keine Five Stars. Ich weiß. Aber mit dem richtigen Zusammenspiel funzt. Ich hab nicht einmal gegen ihn verloren. Geil. So. Zwei von drei. Weg. Das wird richtig pervers. Dich haben wir geohnt. Jetzt bleibst du noch zu. Und davor speichern mich. Obwohl, wir gucken mal. Was das jetzt bringt. Ja. Wenigstens etwas. Fast nur noch zwei Stück, dann haben wir hier auch feinfertig. Weitere. So knapp. So knapp. Okay. Lasst speichern. Alles Kill-Awn. Weiter geht's. Okay. mal sehen was das wird hier Alter dieses Ding hat einfach viel zu viel Ähnlichkeit mit Sins Innerem was soll ich jetzt machen soll ich da jetzt zu ihm oder einfach hoch oder hier passiert ja gar nichts ich muss hier hoch ich dachte das wird jetzt so eine Art Brettspiel oder sowas so komisch aufgebaut wurde wär ja mal so eine Art Sechlohn ja 3.000 die bleiben da stehen no matter what egal da müssen wir durch das machen wir kurz das 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 was 시고 du oder aber . kaputt machen. Der braucht nicht so lange. Also das heißt erstmal heilen hier. Alter! Mal schnell lightning ein. Es hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Ich weiß. Alter! Sorry, das war mein Handy. Aber das ist jetzt wurscht. So, und jetzt greifen wir mal an hier. Das geht so nicht durch. Alter! Fuck! Fuck! Alter! Fuck! Klein Norman, wir müssen direkt den reingreifen. Da kann's neu beginnen. Fuck it! Äh, fail! Ich glaub das war so nicht vorgesehen, aber... 8000 Geld, wir brauchen echt was, wo wir uns Waffen kaufen können, weil... Hier kriegt man nicht umsonst Geld. Ich wette mit euch. Da steckt etwas dahinter. Und hier sollen wir gegen dieses Viech da kämpfen, wenn das mitten... In der Luft, die Schuhe oder so? What the? What the fuck? Das ist ja mal richtig pervers. Hallo, wo sollen wir jetzt? Danach! Hier gibt's doch gar keinen. Doch, vorne durch. Toll. Nicht meine Schuld. Gibt's hier hinten was, oder... Ist das nur just for fun? Warum sollte das just for fun sein? Ah, wegen dem Typen. Nein, danke, das dauert mir zu lang. Ich glaub, die werden später mal ganz nützlich sein, aber... Oh, ne, oder... Ja, da vorne ist der Speicherpunkt. Alter! Das ist ja gar keine Chance. Okay, los geht's. Zum Glück nicht drei von diesen ganz normalen Sterkampern da. Das wär ja voll der Untergang. So, jetzt. Noch ein bisschen mehr. So, und jetzt. Angreifen. So, los geht's. Komm, eine haben wir gleich weg. Tut mir leid, Fang. So. Ich werde Fang halt. Jetzt ein bisschen manipulieren. Jetzt ein bisschen manipulieren. Alter. So, jetzt. Los geht's. Los geht's. Und direkt angreifen. Keine Chance lassen. Ich werde. Let's go. Oder jetzt gehen wir, Fang. Ich werde von dir weg chillen. Ich werde mit den Stift. Es ist weg. Jetzt. Ich werde dich wegziehen. Aber du rufst. und tschüss kommt schon japan geht doch und 5 stars 10.000 das heißt wenn es hier nichts mehr zu graben gibt und das der letzte Typ ist dann machen wir das jetzt so erstmal Krustarium 10.000 sind zwar nicht viel aber es ist immerhin etwas so ja genau alter aber wenigstens ihr müsst es etwas bringen und hier glaube ich auch noch gut so jetzt gucken wir wegen den Waffen Modifikation nein zuerst was ja doch wir gucken in den Waffenladen Geschäfte was ist das Angriffskraft 175 Pah das Leipzig vielleicht wüsste ich gar nicht aber es gibt hier so wie es aussieht nichts das gut wäre aber nichts 15 11 das würde es bringen das ist das würde es aber auch nicht so viel das ist scheiße was kann ich da verkaufen was kann ich da verkaufen ein Waffenherr 640 Subspare Plus das kann weg das kann auch weg das kann auch weg dann kommt es kaum noch ja pfff mein Aichi so Accessoires was hm Abwehr Protest Notlage brauchen wir eigentlich nicht Goldarmreif TP plus 250 brauchen wir nicht ähm so Titanreif TP plus 200 genau so wir brauchen eher was für den Angriff statt für die TP das kann alles weg dieses äh bin tot und noch ATW Balken plus 1 für jeden das könnte man brauchen hexenreif magische resistenz brauchen wir nicht dafür haben wir unsere paradigmen runenreif runenreife magische resistenz plus 10 weg damit was ist denn das Flinkstiefel Ausweichbonus mhm ist zwar cool aber nein weil die Slots die wir haben die brauchen wir für anderes alter wie viel habe ich von denen ich brauche gerade Geld ich weiß eigentlich gibt es dafür eine Trophäe wenn man alles einmal anhatte aber ich bin nicht hier um das zu platinieren Feuerresistenz nein MCP Bonus nein physische Angriffskraft plus 150 Stier das kann ich für Lightning nehmen Schaden plus 5 nein nichts Krone Todresistenz nein danke so kaufen und die den die die die